hier ist der zweite teil vom vierten part meine geschwister die nerven mich gerade sowas von aber echt sowas und hinten muss irgendwie scharf sein was ich suche ja die nerven wirklich und das ist doch sehr bruder der darum schreibt den ich nicht zeigen darf und der auf seine stimme nicht da sein kann das ist ja da oben und es nervt mich auch alter alter der so kommen jetzt naja also wie ihr bestimmt schon gehört habt ihr schon bitte wie ihr schon gehört habt habe ich jetzt mache ich dachte löx und heute abend wird ein live stream kommen heute abend heute morgen nicht mehr ja also freut euch drauf ich hab jetzt den mund bekommen für die schafe aber dann erst immer noch weiter denn er hat so nicht muss laut sein weil man da bin ich hören und ja dann ist das schluss gewinnen und er bockt immer noch dann ist die gestört denke mal der ist gestört ja der ist gestört also leider der holt schon die ganze zeit jetzt ist irgendwann noch mal gestört das nervt manchmal und ja gut dann gehen wir jetzt in die kopfstand pyramide und ja gut ich muss mal also muss ein bisschen leiser reden ich mache mein kopf jetzt ein bisschen mehr dran und ja gut ich mache das jetzt mal okay aus und aus es bringt nichts gut ich habe jetzt auch das bringt irgendwas und hier da müssen wir jetzt den kubin kapern und los weiter geht ja so und der letzte part habe ich ein ähm von dom tendo genommen das ist aber nicht schlimm weil es kann einfach jeder nehmen wenn es im internet ist dann gut das kriege ich jetzt leicht hin das habe ich schon mal geschafft also da muss man halt wenn man sich drücken möchte nach oben drücken oder sind röhren nicht da ist noch was ach hier ist gut ich habe gedacht das wäre auch wie eine röhre okay dann ist halt nun aber mutter ist auch ein bisschen besser als eine röhre aber okay so wir müssen in die röhre rein nicht in die andere weil die da oben ist auf kopf halt da kann man nicht hin also das ist ja bisschen weiter oben und hier muss der kugel willi anklagen nein 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 der kopfstand pyramide gut ich brauche noch ein paar dann konnte ich schon weg gehen aber die ausdrecken ist immer sich eher ausdrecksen ist nicht drin doch da ist schon nichts besonderes war da drin außer okay mega herz ist was besonderes aber naja ich hab nichts gesehen in der scheiße wand so hoch und jetzt runter alter war ein kombo mega geil kombo und das auch ausmachen und nichts habt immer noch nichts gebracht aber wir sind jetzt oben auf der kopfstand pyramide was bringt das so hier ist ein herz gut das brauche ich erstmal und ach so gut ihr sucht den ring der einheit den hat der chef schon gekreilt ihr armen schnüffler seid aber leider zu seiner hochzeit eingeladen seid nicht zu seiner hochzeit eingeladen meine ich jetzt kämpfen war auch wenn ich ein mädel bin okay du willst also was auf die fresse bekommen bitte der kampf ist ein bisschen geil ah nein ich wusste nicht alter ja du Ähm, gut. Es war einfach, ähm, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Ähm, so, jetzt schläge ich mich von hier hinten hin und jetzt kann ich sie gleich erwischen. Bam! Und jetzt bam und bam. Gut, geschafft. Ich kriege jetzt einen Multimond, ne? Ja, ich glaube schon. Doch, von jedem Boss kriege ich einen Multimond, außer wenn ich die alle schon einmal besiegt habe. Beim zweiten Mal geben die jedes Mal nur einen Mond, glaube ich. Schade, aber okay. Jetzt haben wir ein paar Monde. und ja, es ist nachts. Die schwebende Kopfstand-Pyramide. Yay! Das Loch in der Wüste. Okay. Diese, diese miese Brudal hat uns echt nicht leicht gemacht. Doch, mir schon. Aber wir greifen uns weiter in unsere Munde. Ciao.